Scheiß, äh Mist meine ich. Moin Moin, hallo, willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play Single LS22. Ich hab das immer... Katastrophe. So, ähm, ich bin jetzt wieder auf der Kalmstenfarm. Wir wollen jetzt erst mal drillen. Ich hab die Gangschaltung angeschlossen. Und schauen mal, wie das hinhaut. Ähm, dieser 515er ist modifiziert. Halt, wir wollen erst mal gucken, ob denn... Äh, ob das mit der Schaltung überhaupt gut hinhaut. So, äh, ja. Leute, wir fangen im Dritten. Bleiben einmal im Dritten. Joa, klar. Knall gleich hoch auf volle Drehzahl. Ja, 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 ja. Hm. Also irgendwie haut das mit der Schaltung noch nicht so ganz... So, wirklich hin. Kann das... Vielleicht brauche ich doch VCA. Können wie ich jetzt mit Schaltung arbeite. Aber da habe ich ein Problem. Enhanced Vehikel. Und das GPS von Wopster nutze ich. Und möchte es auch weiterhin nutzen. Äh. Ja, ich weiß nicht, ob sich das beißt. Keine Ahnung. Vielleicht sollte ich das mal ausprobieren. Weil ich möchte das GPS von Wopster, wie gesagt, behalten. Denn, ja, mir wäre eigentlich nur was, was beim VCA wird, was das VCA betrifft, ähm, das Getriebe. Ich habe noch nicht viel drauf. Hier habe ich nur noch vier Säcke draufgepackt. Also vier Big Bags. Ähm, ja. Weil ich hänge voll hinterher. Volle Granate. Und jetzt sagst du ab, oder was? Na ja. Getriebe halt. Und Schaltung. Merkwürdig, merkwürdig, merkwürdig. Aber na ja. Ich glaube, ich sollte das wirklich mal ausprobieren. Gucken, ob es ein VCA geht. Ich bin echt, tut mir leid, dass ich jetzt hier so... Hackengas gehen muss. Aber ich hänge echt total hinterher. Ach, scheiße. Er misst, meine ich. Oh, Mann. Oh, Mann. Das ist ärgerlich. Oh, noch eins. Ich weiß jetzt schon zwei. Jetzt kommt er von. Sabbel, 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 sabbel. Oh, noch eins. Und Kopf machen. Ja. Da muss ich, glaube ich, nachher mal hier so ein bisschen... Also so ein bisschen... Da sollte ich noch mal sammeln gehen. Das sind ein paar tausend. Und die kann ich gut und gern gebrauchen. Ich weiß nicht, ob das hier naht. Bisschen im Stress. So ein bisschen. Und die Zeit im Nacken. Deswegen ist Livestreaming, finde ich, eigentlich geiler. Weil du kannst dir echt Zeit lassen. Hier musst du jetzt so in 20, 30 Minuten zack, 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 zack. Das ist blöd. Finde ich. Oh Gott, wie war denn das jetzt hier? Ich glaube, die 1, 2... Ach ja, nur Stress, 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 Stress. Äh, alt C. STRGS. Jetzt muss ich echt kurz überlegen. Ich habe die Karte jetzt lange nicht mehr gespielt. 2, alles klar. Koppel 2. Mal gucken. Nee. 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 Doch doch. Dann habe ich die so. Ne, 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 ach so, ja, ha, ha, sollte auch mal nullen, das GPS. Katastrophe, Leute, ja, passt, Fahrgasse, komm, ne, ne, Ma unvoll. Ich mache das so, weil ich fahre nachher sowieso nochmal um. Aber ich glaube weiter... Das ist doch! Ne, das haut näher hin. Das haut näher hin. Ja, 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 ja. Ja, da kommt nachher noch eine Cut rein. Also, nicht ein Video-Cut, aber ihr werdet das sehen. Ihr werdet das sehen. Ich glaube, ich bin ein bisschen unterkoffeiniert. Ab wo unterkoffeiniert, hattet ihr ein schickes, langes Wochenende. Ich wollte ja gestern schon ein Video machen und auch gestern Livestreamen. Aber ich habe mir den Magen so ein wenig verdorben. Das ging gar nicht an. Da habe ich mir gedacht, Alter, nee, komm. Lass mal. Das passt nachher mit den 30 Meter Gestänge generell. Weil da wird nachher nochmal angeschnitten. Nur, dass es auch beim geschnittenen Fahrgassen ja richtig ist. Das ist... Ich zeige euch das, wenn ich so weit bin. Ja, passt. Ich kriege hier schon Panik wieder, ey. Alles gut. Ich sage, ich bin total unterkoffeiniert. Ich brauche Kaffee. Aber ganz schnell. So, mit der Schaltung. Ey, das ist so ein Kuddel-Muddel hier, Holger. Also Schaltung. Muss mal gucken, ob das was bringt, wenn ich beim VCA halt einige Sachen ausklammere. Mit Notepad. Plus, plus. Dass sich das halt nicht beißt mit dem Bobster-GPS und dem Enhanced-Vehikel. Ich brauche vom VCA nur das Getriebe. Vielleicht klappt das ja besser. Weil das ist jetzt noch Standardgetriebe beim Schalter. Hier brauche ich natürlich keine Schaltung, das ist klar. Ei, 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 ei. So, hier haben wir Raps rein. Da drüben muss ich dann noch pressen. Ähm. Ja. Echt? Katastrophe. Chaos, Chaos und Katastrophe. Äh. Ich brauche Kaffee. Ich brauche echt kaffee. Nee, ich brauche echt kaffee. Ich brauche echt kaffee. Ach ja. Ähm. Vergiss es. Ich habe es schon wieder total verpeilt. Ey. Hilfe. Ist das heute Montag? Ne, aber das Dienstag. Ich weiß auch nicht, ey. Katastrophe. Erst klappt das nicht, dann klappt das nicht, dann klappt das nicht. Müsste man eigentlich ins Lenkrad beißen. Hallo. So, erstmal nochmal. Freut mich, dass die letzten Let's Plays und auch das Video zum LS22 Equipment oder überhaupt mein PC Equipment oder mein, ne, doch so gut angekommen ist. Boah, ich hab mich echt gefreut. So. Das ist jedenfalls das, mit dem ich momentan in Gange bin. Wie gesagt, das Side Panel ist noch vom LS15 Bundle, hatte ich ja gesagt. Das gibt jetzt aber auch wirklich langsam den Geist auf. Ich muss mal gucken, ob ich mir wieder so eins zulegen werde, glaube ich nicht. Ich glaube eher, müsst mal gucken, ls-seitenkonsole.de. Da hat der junge Mann echt geile Dinge. Ich glaube, ich werde mir davon mal eine zulegen. Wir haben für den schon etlich jetzt richtig, also im Livestreams viel Werbung gemacht und 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 und. Wir haben es auch schon leider geschafft. Entschuldigung dafür. Wir waren sehr, sehr viele im Livestream. Und dann haben wir uns das auf seiner Website angeguckt, was er da gebaut hat. Und Entschuldigung bitte. Wir haben dadurch leider deine Website einmal zum Abstürzen gebracht. Tut uns leid. Das war nicht böse gemeint, aber da hatten dann auf einmal so viele Leute Zugriff drauf gemacht. Und dann, ja. Und das ist mal wieder der Hund. Katastrophen heute. Ich weiß auch nicht, was los ist, ey. Aber ich glaube, das reicht jetzt auch wieder. Ich sag, ich werde wohl nachher nochmal einen Livestream anmachen. Also ich muss mal gucken. Ich sag, vielen, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Oh Gott, wir sehen uns. So, jetzt muss ich aber echt einen Kaffee haben hier. Sonst geht das hier voll in die Hose.